Österreich ist ein großartiges Land, in dem wir gerne leben. Aber viele von uns sind beunruhigt. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Die Menschen haben Angst, den Job zu verlieren. Angst um die Zukunft ihrer Kinder. Angst davor, wie das Leben im Alter sein wird. Terror, Krieg, Flüchtlingskrise. Ja, ich verstehe diese Sorgen. Aber ich weiß, wie stark wir sind. Jede und jeder Einzelne steht täglich vor Herausforderungen und meistert sie. Im Kleinen wie im Großen. Ich glaube an die Menschen in unserem Land. An unsere gemeinsame Kraft einander Sicherheit zu geben. Der neue Bundespräsident muss für Stabilität und soziale Sicherheit sorgen. Ich werde ein Bundespräsident sein, der sich immer für alle Österreicherinnen und Österreicher einsetzt. Ich werde ein Bundespräsident sein, der Haltung zeigt, gerade in Krisenzeiten. Ich werde ein Bundespräsident sein, der anpackt, wenn es darauf ankommt. Ich werde ein Bundespräsident sein, auf den man sich verlassen kann. Das höchste Amt im Staat ist von mehr Bedeutung, als manche glauben. Es ist keine Zeit für Experimente. Nur mit Erfahrung kann der Bundespräsident, auch in anspruchsvollen Zeiten wie diesen, Österreich weiterhin Stabilität und Sicherheit geben. Immer für die Menschen. Immer für Österreich. Dafür möchte ich da sein. Darum wird es mir immer gehen. Vorher in Italien zu primera, Lassen habe ich geschضeli. Immer hier unten. Und hier oben ist ... Wir warten. Im Oberame Casual das Fl Tactical. darker ... Can I live in erfahren change. Das natürlich schaut weiter aus.